Wenn du das Gefühl hast, die letzten Jahre orientierungslos gewesen zu sein, nicht so den Kontakt zu dir selbst gehabt zu haben, neben dir gestanden zu sein, dann ist das jetzt deine Zeit, um klar zu werden. Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse. Und heute schauen wir mal ein bisschen ins Jahr 2025, was uns denn da erwartet. Die September-Vorschau kommt dann nächste Woche raus. Ich wollte heute mal über so Tendenzen 25 reden oder ein großes Thema 2025, das dich astrologisch erwartet. Und zwar wird der Neptun wechseln vom Fischehaus ins Widerhaus. Und das ist so dieser Ingress des Neptun in den Wider, ist ja auch so das Überschreiten quasi des All-Eins, des Jenseitigen hin in die konkrete Manifestationsenergie. Und das wird dann schon einen bedeutenden Wechsel ergeben. Schauen wir uns das dann mal kurz an. Also ganz konkret am 30. März wechselt eben der Neptun bis zum Oktober 2025 dann. Also 30. März 2025 bis Oktober 2025 wechselt eben der Neptun vom Fischezeichen ins Widerzeichen. Und damit du mal so eine Idee hast, du hast es vielleicht schon mal gehört, also diese kosmische Spalte, ja, ist eigentlich so eine Kluft zur Manifestation hin in der Astrologie. Also man kann sich vorstellen, dieses Fischehaus ist so dieses Jenseitige, dieses All-Eins, das ist auch so dieses, ja, wo die Formen, wo die Ideen eigentlich alle vorhanden sind. Und die Frage ist immer dann, was manifestiert sich denn aus diesen Ideen? Und jetzt ist dieser Neptun da, als Prinzip im Horoskop nimmt man den her, dass man sagt, okay, das ist eigentlich sowas, etwas, das ein bisschen neblig macht, das ein bisschen mit Träumerei, mit auch Lüge im negativen Verschleierung zu tun haben kann. Und dieses Prinzip kommt jetzt in das Widerprinzip von seinem Heimathaus ins Widerprinzip. Und du kannst dir vorstellen, Neptun war so circa 14 Jahre jetzt dann im Fischehaus, das fühlte sich ja jetzt per se nicht unwohl. Aber man kann sagen, okay, was ist denn passiert in den letzten 14 Jahren? Und wenn man sich das anschaut, jetzt auch von dem, du arbeitest an dir selber, also diese innere Arbeit, diese Arbeit mit deinem Seelischen, mit deiner inneren Wirklichkeit, dann muss man sagen, die ist bei vielen zu kurz gekommen, das ist verschleiert worden. Unsere Welt ist auf jeden Fall nach außen gekehrt und das ist nicht negativ, das ist nur das Gegenteil eben von diesem Inneren, von den Seelenbildern, ist auf jeden Fall profaner geworden, nach außen gerichtet, wissenschaftlicher geworden, rationeller geworden. Und das ist eigentlich so das Gegenprinzip von diesem Neptunischen. Das heißt, man kann auch sagen, der Kontakt zu dir selber, zu deinem Inneren, zu deiner inneren Wirklichkeit wurde da mehr und mehr verschleiert. Natürlich auch dienlich durch moderne Medien, durch die Kommunikation natürlich auch, also die sozialen Medien, Social-Media-Geschichten. Also da hat man immer mehr so ein bisschen den Kontakt zur eigenen Wirklichkeit verloren. Und da geht es jetzt sicher ein Stück weit drum dann auch ab nächstes Jahr, und das wird ein Riesenthema werden, dieses, was will denn eigentlich dein Inneres, was sagt denn eigentlich deine Wirklichkeit, stimmt dein Leben, das ist dein Leben noch stimmig, mit dem, was du in dir empfindest. Und ich denke, dass diese Themen dann ab nächstes Jahr, so im März mal, wie gesagt, wir haben da die erste Phase von März bis rein in den Oktober 25, dass das mal hochkochen wird. Und wir haben auch dann ab Jänner 26 den Neptun fix im Zeichen wieder drinnen. Jetzt ist ja auch wieder, ist Prinzip Mars, ist ja wieder auch immer so dieses Ich-Will, ist auch ein bisschen so das Kriegerische, das Umsetzende. Und man kann sich vorstellen, in der Astrologie bedeutet der Wider, das ist so die reine Energie einmal, die einfach zum Leben da ist. Und das Wollen, das persönliche Wollen. Und wenn das persönliche Wollen plus die eigene Wirklichkeit zusammenkommt, dann kann man natürlich sagen, man wird ein Pionier, eine Pionierin der eigenen Seele. Ich richte meine Bewusstheit in mein Inneres und schaue nochmal ganz genau, was ist denn da drinnen und was möchte denn da jetzt dann manifestiert werden. Das ist ja dann erst der erste Schritt. Ich muss einmal spüren, was habe ich denn für eine Grundenergie, was passt zu mir und was kann sich dann eben wirklich manifestieren daraus. Und das war eben so, die letzten Jahre, so dieser Kontakt zum Inneren ist da, könnte man so interpretieren, verschleiert worden. Und wenn wir uns diesen Ingress anschauen, diesen Neptun über die kosmische Spalte in das Wider-Prinzip rein, dann ist das ja durchaus astrologisch geladen. Man sieht es ja eigentlich, also der Neptun selber hat drei Konjunktionen, also drei Verbindungen zu Merkur, zu Venus und zu Saturn bitte, bei diesem Übergang. Und Merkur und Venus sind ja persönliche Planeten. Was bedeutet denn das? Also dass man dann sagt, wenn ich jetzt von der Interpretation, was will denn deine Seele, was will denn dein Innerstes wirklich ausdrücken? Und da ist dann noch der Merkur mit drinnen und die Venus, dass ich dann sage, okay, was will denn eigentlich, wie sollst du denn handeln? Was sollst du denn umsetzen, handeln über den Merkur? Und auch vielleicht auch geschäftlich, beruflich, was möchtest du da tun? Und das Zweite wäre für mich dann mit der Venus natürlich auch die Liebe, dass ich dann auch sage, okay, was will ich denn, was entspricht denn meinem Inneren? Welche Art der Partnerschaft entspricht meinem Inneren? Welche Art eines Partners, einer Partnerin entspricht denn meinem Inneren? Und das wird dann auch konkreter, dass man sich für das mehr einsetzen soll. Und das, denke ich, sind da wirklich Themen. Und der Saturn, wenn man sagt, okay, diese Konjunktion Saturn-Neptum, Saturn ist ja noch im Fischezeichen. Der kommt ja dann ab dem Mai 25, wandert der nach auch noch einmal in den Wider rein. Und ist dann auch, also der kleine Ronde Wund ist dann ab Februar 2026 fix im Widerzeichen. Aber dieser Saturn ist ja auch so diese, ist ja auch diese Grenze, ist ja auch diese Klarheit. Und der steht ja natürlich im Fischezeichen nicht sehr, nicht sehr stark. Also da wird dann auch noch einmal eine einschränkende Kraft, ein bisschen so ein Dämpfer, wird da einfach, wird dann wieder konkreter. Die Grenzen werden konkreter. Und Grenze heißt ja auch einfach das, was nicht ich bin. Und dieses nicht ich, wenn ich das jetzt mal so sage, ist ja einfach so, wirklich, ich grenze mich zu dem ab, was mir nicht entspricht. Wenn wir auch im Prinzip alle eins sind, dann manifestieren sich Möglichkeiten durch mich. Und diese Potenziale, diese Möglichkeiten, diese Talente gehören natürlich auch abgegrenzt, weil ich muss dann auch schauen, was passt denn da nicht zu mir. Ich kann jetzt nur, wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, ich bin eigentlich der geborene Buchhalter und ich hänge aber eigentlich nur, ich mache nur Schauspielkurse, dann widerspricht sich das, weil da ist man dann am falschen Dampfer. Weil wenn ich sage, okay, meine Leidenschaft liegt woanders, dann sollte man sich da abgrenzen und sagen, okay, brauche ich das dann auch. Und das ist natürlich so dieser Saturn. Und durch diese Konjunktion eben mit Neptun hat er natürlich auch noch einmal zu Merkur und zu Venus eine Konjunktion in diesem Neptun-Ingress. Und das bedeutet einfach noch einmal, dass da wieder dieses Prüfen, dieses nüchterne Anschauen, was tue ich denn eigentlich, mit wem bin ich denn eigentlich zusammen, plus eben Neptun, der darüber geht mit diesem, was will denn meine Seele, dass das wirklich eine Zeit der Transformation, eine starke transformative Zeit ist, wo es darum geht, prüfe deine Wirklichkeit, das heißt dein Inneres, das meine ich mit deiner Wirklichkeit, und prüfe dein Äußeres. Passt das noch zusammen? Und wenn das nicht zusammenpasst, dann ist das eine super Zeit, da wirklich auch eine Lösung reinzubringen. Weil, wie gesagt, da wird der Druck schon sehr massiv erhöht in dieser Zeit, also so früher, früher 2025 rum. Tja, und was noch dazu kommt, also überhaupt dieses Handeln, wie wird gehandelt, ist ja auch spannend, weil der Pluto dann im Wassermann noch dazu ein Sextil auf den Merkur da drauf macht. Also das ist eigentlich so diese positive Transformation, so würde ich das jetzt einfach mal nennen, und auch die Möglichkeit, da wirklich neue Ideen zuzulassen, neue Werte zu kreieren. Und zusätzlich zu diesem himmlisch orchestrierten Zeitpunkt, wo wirklich Neptun jetzt die Häuser wechselt, also Neptun von dieser Wirklichkeit, also der inneren Wirklichkeit, in die Manifestationsenergie kommt. Das wäre ja auch dann, man könnte sagen, der Friedensbringer, also ich sage Neptun gerne, wenn ich so astrologische Aufstellungen und sowas mache, auch bei mir in der Praxis, ist es so ein bisschen der kosmische Kiffer, wenn man so, ja passt schon, hey, mach mal schon, schau, alles ist gut, dann könnte man auch sagen, der Frieden wird jetzt greifbarer. Also da könnte man, das könnte man so interpretieren, dass dann sicher auch eine Zeit, ich denke, des Friedens kommt, aber auch eine Zeit der aktiven Verschleierung von Tatsachen und dass da womöglich auch noch einmal das, ja, dass das nochmal mehr wird, dieses nicht hundertprozentig ehrlich sein, um die Ziele durch vielleicht so ein bisschen Unehrlichkeit zu erreichen und da sollte man natürlich auch aufpassen. Aber wer natürlich dann noch mitmacht in diesem Übergang, in diesem Ingress im März 2025 ist der Uranus und der Uranus, der alte Revoluzzer, der uns ja immer wieder in Schach hält, der macht ein Halbquadrat zur Sonne, das heißt einfach, die Sonne ist zu dieser Zeit im Wetter, ihr müsst euch das ja vorstellen, also wir sind ja da am Frühlingspunkt eigentlich, wo dann der Neptun drinnen ist, also ein bisschen nach dem Frühlingsbeginn, die Sonne steht auch im Wetter drinnen und hat ein Halbquadrat zum Uranus rein. Und der Uranus ist ja nach wie vor im Stier. Das bedeutet einfach mal, dass wir hier auch noch einmal ganz konkret diese Wandlung der Werte noch mehr spüren werden, noch mehr erleben werden. Also Uranus ist ja so die Transformation der Werte, des Konkreten, auch des Hab und Guts, des Besitzes und da es dann auch noch einmal in Neptun kommt und Neptun kann auch sein, dass der die Energie etwas schwächt und runterbringt. Und das wäre auch noch einmal so eine Zeit für mich, wo man sagt, okay, mit diesen Vorzeichen könnte man da auch sagen, dass es da auch wirtschaftlich noch einmal schwieriger wird, beziehungsweise dass da irgendetwas wegbricht. Denn dieser Uranus ist da sehr aktiv, der hat dann auch noch sechs Stile drauf. Und zwar ein Sextil zur Venus, ein Sextil zur Mars und ein Sextil zum Saturn. Das heißt, diese Kombination Venus, Saturn und dann noch der Mars dazu, was bedeutet denn das? Also der Mars steht da jetzt im Krebs drinnen. Aber das heißt einfach ganz klar, dass es da um diese Transformation Partnerschaft geht und ganz klar auch darum noch einmal, dass da Grenzen vielleicht auch neu definiert werden, neu ausgelotet werden. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil das könnte man auch für das Kriegsgeschehen so sagen, vielleicht ändert sich da irgendwas so, Thema Ukraine, vielleicht gibt es da irgendwelche Friedensverhandlungen, vielleicht gibt es da irgendwelche Krisen, die das begünstigen, wo wir sagen, okay, wir können uns das einfach nicht mehr leisten. Ja, ist ja auch möglich. Ja, und wie gesagt, wir haben diesen Übergang Neptun rein von den Fischen in den Wind. Und diese Phase läuft dann einmal bis Oktober 2025, also von März 2025, 30.03., also Ende März bis Oktober 2025 läuft das. Und dann ab Jänner 2026 bleibt dann der Neptun bis 2039, wo er dann weiter in den Stier wandert, bleibt er dann im Zeichen wieder. Und das ist eines der großen, großen, der großen Bewegungspunkte für 2025. Also dieses Konkretwerden, achte mehr auf dein Seelisches, schau bitte mehr, was dich bewegt, was in dir, was deine Wirklichkeit ist und ändere dein Leben nach deiner Wirklichkeit. Transformier das um, denn sonst wirst du transformiert, sonst wirbelt es dich einfach rum. Du kommst da nicht aus. Also du kommst um Veränderung nicht rum. Du kommst nicht darum, dass Dinge einfach, die nicht stimmig sind, wegfallen müssen. Und das ist nichts Negatives. Aber es ist einfach dieser Zeitgeist. Und das ist auch das, was in Ahnensystemen, in Ideologien einfach auch wirkt. Und wenn wir dann ab Mai 25, das ist dann das Nächste, ich rede dann natürlich auch noch in der Jahresvorschau genauer darüber, wenn im Mai 25 dann der Saturn auch das erste Mal wirklich dann diese Schwelle wieder übersteigt, also in die Manifestation kommt, die manifestierte Klarheit, die manifestierte Grenze, auch noch einmal die manifestierte, ich nenne es jetzt trotzdem so Staatsgewalt auch mit, dann wird sich noch einmal so diese Qualität, die Zeitqualität ändern. Und wir haben ja natürlich dieses extrem Aufgewühlte. Und wenn man historisch schaut, ist ja dieser Übergang Neptun in den Widder und Neptun im Widder war dann auch noch einmal so dieser amerikanische Bürgerkrieg. Also wo dann wirklich auch, wo man gesagt hat, wofür stehe ich denn, was sind denn meine Werte? Und das spaltet dann natürlich auch ganze Völker. Das trennt dann einfach auch Völker, wo man sagt, okay, gewisse Werte, das passt nicht mehr zu mir, ich muss dafür einstehen und eintreten. Und unter Widder, unter Maß ist das natürlich oft auch ein gewaltsamer Prozess, ein Durchkämpfen, ein Durchdrücken. Und da muss man dann schauen, wie sich das entwickelt. Aber am Ende des Tages ist es so, dass es im Inneren darum geht, wenn du das Gefühl hast, zusammenzufassen, die letzten Jahre orientierungslos gewesen zu sein, nicht so den Kontakt zu dir selbst gehabt zu haben, neben dir gestanden zu sein, dann ist das jetzt deine Zeit, um klar zu werden, dann ist das jetzt deine Zeit ab März 25, deine Wirklichkeit wieder zu spüren und ganz in deine Kraft zu kommen. Und dafür wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal alles Gute. Und wenn du vorher schon mal beginnen willst und Vorarbeit leisten willst, dann kann ich dir natürlich empfehlen, ich habe diesen Sonntag am 25. in Linz den Workshop Pluto Ahnenthemen und Karma lösen. Also das ist jetzt gerade so diese aktuelle Zeitfrequenz. Also Ahnenthemen und Karma lösen ist bei mir live in Linz. Und ab September startet die Jahresausbildung Mediale Energetik, wo du wirklich deine Hellsinne trainierst, wo du lernst quasi, also das, was ich so mache, in meiner Praxis, also auch konkret umzusetzen und eventuell auch dann ein zweites Standbein dir zu machen oder eine Selbstständigkeit dir aufzubauen aufgrund von dieser Ausbildung. Ja, wenn es dich interessiert, die Links sind alle in der Beschreibung und ich freue mich natürlich, wenn ich dich mal live treffe oder per Zoom über einen Einzeltermin oder bei einem Workshop. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute, eine gute Zeit und bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Erini. Tschüss. Tschüss.